Der gestiefelte Kater. Ja, was haben Sie mit einem Kater oder vielleicht mit einer Katze gemeint? Ich habe gar nicht so viel mit einer Katze gemeint. Ich bin, glaube ich, eher so ein Hundemensch und hatte als Kind auch immer Hunde und war auch menschlich gesehen immer eher wie so ein Hund als wie eine Katze. Deswegen spreche ich ja auch im gestiefelten Kater einen Hund und keine Katze. Aha, da muss ich gleich mal fragen. Hund und Katze, die mögen sich ja manchmal gar nicht. Aber wie ist das bei Ihnen, wenn Sie einer Katze begegnen? Streicheln Sie oder nehmen Sie gleich Abstand? Oder wie ist so das Verhältnis? Na klar, natürlich streiche ich ja eine Katze. Also ich finde Katzen genauso süß. Und ich glaube, das ist auch so ein Mythos, dass man glaubt, Hunde und Katze verstehen sich nicht. Ich glaube, das ist eher so antrainiert, dass man denen beibringt, die müssen sich nicht verstehen. Aber es gibt so viel, also gerade auf Social Media sieht man so viele Videos von Menschen, die beides haben, die Hunde und Katzen haben, wo Hunde und Katze zusammen in dem Körbchen schlafen. Und ich finde das eigentlich total süß. Sie sehen klasse aus. Dankeschön. Cooles Outfit auch. Aber wie schaffen Sie es auf diesen Schuhen zu laufen? Ja, also ich glaube, so wie eine Katze auch ein neues Leben hat, appelliere ich heute auch an meine mehreren Leben, weil ich bin damit schon sehr viele Treppen gegangen und es ist toi 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 alles gut gegangen. Was tun Sie denn sonst für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Also ich muss sagen, ich habe Sport schon sehr für mich entdeckt. Ich war früher eine sehr unsportliche Person, aber trainiere mittlerweile jeden Tag und merke auch an den Tagen, an denen ich es nicht tue, brauche ich das auch. Also ich war jetzt eine ganze Woche erkältet, was man vielleicht noch so ein bisschen meiner Stimme hört. Und da hat mir das schon sehr gefehlt, mich bewegen zu können und Sport zu machen. Und ich bin sehr dankbar, mich wieder bewegen zu können. Sie sind so ein vielseitiger, kreativer Mensch. Was treibt Sie an? Was machen Sie besonders gern? Woher nehmen Sie die Sendung? Ich glaube, ich bin einfach super dankbar, so viele Facetten von meiner Persönlichkeit ausleben zu dürfen. Also dass ich mich nie festlegen muss, dass ich eben an einem Tag moderieren darf, am anderen Tag im Synchronstudio stehen darf, an dem nächsten Tag arbeite ich an meinen Büchern, an einem Tag arbeite ich an meiner gemeinnützigen Organisation und ich habe das Gefühl, wir alle sind ja Menschen, die verschiedene Facetten haben und ich habe einfach ein großes Glück, dass ich diese Facetten auch ausleben darf und lebe meinen Kindheitstraum, dass ich solche Projekte machen darf und genieße jede Sekunde davon. Wenn Sie auf 2023 schauen, aufs kommende Jahr, was sind Wünsche, was sind Träume? Also ich finde, 2022 war echt ein hartes Jahr für viele Menschen und es ist irgendwie sehr viel Dunkelheit in die Gesellschaft eingezogen. Und ich würde mich so freuen, wenn wir es 2023 schaffen würden, dass wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in unser Leben kommt. Und angefangen bei Filmen wie diesem, aber auch generell würde ich mich freuen, wenn einfach wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit einzieht. Und wenn man nicht die Nachrichten anmacht und direkt wieder ausschalten möchte, sondern wenn man mal die Nachrichten anschaltet und sagt so, wow, entwickeln sich Dinge wieder zum Guten, das würde mich freuen. Weihnachten steht für uns alle vor der Tür. Wie werden Sie feiern? Ich bin Weihnachten zu Hause bei meiner Familie in Bayern und freue mich sehr. Es ist für uns ein besonderes Weihnachtsfest, weil mein Freund Geburtstag hat am 25. Dezember und er wird dieses Jahr 40. Und das ist ja schon ein besonderer Geburtstag, deswegen muss ich mir mal was einfallen lassen, was auch ein bisschen besonders ist. Ja, ich wollte gerade fragen, was machen Sie eine Überraschung oder wie wird gefeiert? Also wir gehen beide sehr gerne ins Kino und ich überlege gerade, ob ich vielleicht ein Kinosaal mieten würde, um vielleicht seinen Lieblingsfilm zu gucken. Das fände ich vielleicht ganz schön. Ja, ein schöner Plan. Gibt es ein Geheimnis, um miteinander glücklich zu sein oder zu bleiben? Also ich glaube, dass das vielleicht kein Geheimnis ist, aber was für mich gut funktioniert, ist den anderen nie als selbstverständlich wahrnehmen und immer auch Freude empfinden für die Freude des anderen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man, wenn man in der Partnerschaft ist, dass man sich freut, wenn der andere Partner glücklich ist. Und manchmal bedeutet das auch, dass der eigene Partner vielleicht was ohne einen erlebt. Und dass man sich da trotzdem für den anderen freuen kann, empfinde ich als total wertvolle Eigenschaft. Was macht ihn für Sie so besonders? Ich glaube, die Tatsache, dass er so unglaublich positiv ist. Ich glaube so, dass das eine Person ist, die sich nicht so leicht irgendwie umhauen lässt und die immer versucht, die Welt gut zu sehen und das Glas halb voll zu sehen, selbst wenn man vielleicht mal selber am Boden zerstört ist oder traurig ist. Dass da jemand ist, der es einen schafft, da immer wieder rauszuholen, das empfinde ich als großes Geschenk. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ja, danke schön. Vielen Dank. Gleichfalls. Ciao. Ciao.